In Snagit gibt es die Möglichkeit aus mehreren Bildern über eine Vorlage ein Einzelbild zu machen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Sie wählen mit gedrückter Umschalttaste hier unten mehrere Bilder aus und gehen dann hier oben im Menü auf erstellen, Bild aus Vorlage. Dann öffnet sich dieses Vorlagenfenster und jetzt werden einem schon Vorlagen angeboten, wo man zum Beispiel eben auch gerade drei Schritte, ich habe drei Dateien ausgewählt, verwenden kann. Ich verwende hier einfach Basic, drei Schritte Hochformat, klicke auf Weiter, kann dann hier noch einen Titel eingeben. Der Titel bedeutet zum Beispiel, könnte noch Untertitel angeben. Das kann ich aber auch später noch ändern. Deshalb soll es das erstmal sein. Klicke auf kombinieren und habe sofort eine Datei erstellt mit den Screenshots hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite könnte ich jetzt noch Texte eingeben. Ich kann noch einen Untertitel eingeben und wenn ich meinen Bildausschnitt hier noch bearbeiten möchte, mache ich einfach einen Doppelklick drauf und könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja ich möchte das hier noch ein bisschen größer haben und nur ein Ausschnitt draus. So, das reicht mir hier und dann habe ich nur diesen Ausschnitt dort gewählt. Eine sehr, sehr einfache Möglichkeit aus mehreren Screenshots ein Übersichtsblatt zu erstellen.